Das neue Jahr fangen wir auf dem Holzweg an. Und damit ist auch schon Schluss mit den Karlauern. Meine Kolleginnen haben mir dringend eingeschärft, das Heft nicht Holz vor der Hütte zu nennen, sondern Holz hält. Damit wollen wir sagen, es geht dabei nicht um Holz als Gemütlichkeitsrequisit, sondern um einen modernen Werkstoff, mit dem man wunderbar konstruieren kann und dank der Technik der kreuzweise verlampten Brettschichthölzer einen Werkstoff hat, der in der Tragfähigkeit und Belastbarkeit langsam die Qualitäten des Stahlbetons erreicht. Als Beispiel haben wir dabei eine Messehalle, zwei Wohnungsbauten, eine kleine Kirche und auf dem Titel schon zu sehen Metropol Parasol, eine Überdachung archäologischer Ausgrabungsstätten in Sevilla von Jürgen Mayer H. Wie immer geht es los mit einer Seite 1 und sie heißt im neuen Jahr Es kommt besser. Aber das wussten Sie ja schon.